Wer einem Volk die Heimat raubt, der ist von Gott verflucht. Der findet keinen Frieden mehr, so sehr er ihn auch sucht. Kein Segen ruht auf seinem Werk, kein Blühen und Gedeihen. Denn Heimat raubt ist mehr als Mord, den kann kein Gott verzeihen. Und uns wird heute unsere Heimat, unser Deutschland in einer Art und Weise geraubt. Wie es das in der Geschichte noch nicht gegeben hat. Wir kennen den Heimatraub durch Vertreibung, was unser deutsches Volk 1945 und 1946 erleben musste. Als an 15 Millionen unserer deutschen Volksgenossen ein Vertreibungsvoldermord begangen wurde aus den deutschen Ostgebieten, die noch heute von unseren Feinden besetzt und im Deutschen Reich entrissen sind. Ein Drittel unseres deutschen Landes fällt noch immer. Und gerade deshalb müssen wir jetzt sagen, das bisschen Deutschland, das wir jetzt noch haben, dieses bisschen Deutschland muss allein dem deutschen Volk gehören. Doch der Heimatraub, der heute an uns stattfindet, ist ein Heimatraub ganz anderer und letztendlich viel gefährlicherer Art. Denn uns wird die Heimat im Inneren geraubt. Das heißt, wir werden zu Fremden im eigenen Lande gemacht. Wenn ich heute durch Nürnberg gehe, in Nürnberg mit der U-Bahn fahre, dann hat das mit Deutschland nichts mehr zu tun. Was hier geschieht, wird von immer mehr Deutschen als regelrechter Überfremdungskrieg gegen unser Volk empfunden. Und ich empfinde es genauso. Denn unser Land, das deutsche Land, muss unserem Volk gehören. Und unser Volk hat zu bestimmen, wer in unser Land kommen kann, bleiben kann oder nicht. Denn die Hausherren, das sind wir. Und das wird von denen vergessen, die glauben, uns diese Überfremdung aufzwingen zu können. Und hier dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns noch immer im Kriegszustand befinden. Wir haben bis heute noch keinen Kriegs-, noch keinen Friedensvertrag mit unseren Feinden. Und deshalb ist diese Überfremdungspolitik als kriegerische Handlung zu betrachten, die nach Völkerrecht strikt untersagt ist. Und eines dürfen wir dabei nicht vergessen. Diese Politik wird gemacht von einer BRD-Regierung, die keinerlei Legitimation besitzt. Denn, und darüber müssen sich die Deutschen, muss sich das deutsche Volk jetzt bewusst werden, dass durch diese BRD-Politik regelrecht abgeschafft werden soll und umfolgt werden soll, ersetzt werden soll von Invasoren aus aller Welt. Doch wir lassen uns unser Deutschland nicht entreißen. Denn die BRD hat kein Recht, das deutsche Volk derart in seinen Willen zu übergehen. Denn die BRD hat, wie ich schon sagte, keine Legitimation. Es besteht immer noch völkerrechtlich fort, das deutsche Reich. Die BRD verfügt nicht einmal über eine eigene Staatsangehörigkeit. Sofern ihr Personalausweise habt, dann schaut hinein, was steht dort bei Staatsangehörigkeit. Dort steht Staatsangehörigkeit deutsch. Das ist natürlich Unsinn. Denn es gibt keinen Staat des Namens deutsch. Und eine Staatsangehörigkeit hat selbstverständlich den Namen des Staates zu nennen, der diese Staatsangehörigkeit findet. Weshalb denn steht im BRD-Ausweis bei Staatsangehörigkeit nicht? Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland. Die DDR hatte das gekonnt. Dort hieß es Staatsangehörigkeit Deutsche Demokratische Republik. Die BRD hingegen, die keine eigene deutsche Staatsangehörigkeit hat, sie versucht, das deutsche Volk und alle Welt darüber zu täuschen und zu betrügen, in dem Sinn, statt Staatsangehörigkeit deutsches Reich zu nennen, wie es richtig heißen muss, einfach schreibt Staatsangehörigkeit deutsch, obwohl dies reiner Blödsinn ist, da es keinen Staat deutsch gibt. Und ihr, alle, die ihr hier steht, wenn ihr deutsche Staatsangehörige seid, so habt ihr die Staatsangehörigkeit des Deutschen Reiches. Und darauf solltet ihr gegenüber allen BRD-Behörden bestehen. Denn die BRD hat kein Recht, euch als Eigentum zu beschlagnahmen wie eine Ware, wie ein willenloses Gut. Vor allem nicht, wenn diese BRD unser deutsches Volk derart zugrunde richten will, wie es jetzt geschieht. Es wird als Vorwand für diese Überfremdungspolitik auf das Asylrecht verwiesen. Dieses Asylrecht bezieht sich auf den Schutz bei politischer Verfolgung. Doch wer von diesen, die da kommen, ist tatsächlich politisch verfolgt? Ich würde sagen, nicht einmal ein Promille. Sie kommen aus Begehrlichkeit. Sie kommen, weil ihnen hier das Geld in den Hintern geblasen wird. Sie kommen, weil sie hier ihre Kriminalität ausleben können. Sie kommen, weil die deutsche Polizei, beziehungsweise die BRD-Polizei, weil sich diese Kriminalität von Ausländern begangen, nicht einmal zu verfolgen warst, weil sie diese Ausländerkriminalität vertuschen muss. Hingegen werden Deutsche, wie ich, verfolgt und ins Gefängnis gespart, nur weil sie ihre Meinung offen sagen, das ist Verbrechertum! Das ist Verbrechertum am deutschen Volk! Das deutsche Volk wird durch Überfremdung und andere Ungeheuerlichkeiten bis aufs Blut gequält. Macht ein Deutscher dann aber den Mund auf und sagt, was er denkt, dann heißt es, du bist ein Volksverhetzer. So nicht! Hier können wir nur sagen und hier müssen wir darauf bestehen, wer immer das deutsche Volk abschaffen will, den soll das deutsche Volk zum Teufel jähren! Ich hatte eingangs das Gedicht vom Heimatraub gesprochen. Es ist von Arabisch Stifter. Dieses Gedicht hat auch noch eine Schlussstrophe. Sie heißt, denn was auch immer auf Erden besteht, besteht durch Ehre und Treue. Wer heute die alte Pflicht verrät, verrät auch morgen die neue. Wir werden unsere Pflicht nicht verraten, unsere Pflicht unseren deutschen Ahnen gegenüber, die nicht dieses Land dem Urwald abgerungen haben, die nicht in zwei Weltkriegen unermessliche Opfer gebracht haben, damit dieses Land jetzt fremden Invasoren übergeben wird. Nein! Wir stehen in der Pflicht, dieses Land für uns und für die kommenden Generationen zu bewahren. Als Deutschland, als das Land der Deutschen, des deutschen Volkes und niemandes sonst! und wenn wir zu dieser Pflicht stehen, diese Pflicht erfüllen, dann bin ich sicher, dass der Tag kommen wird, da unsere deutschen Fahnen des Reiches wieder siegreich wehen werden. Schwarz, Weiß, Rot, von der Maas bis an die Webel, von der Ech bis an den Bett, Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt! Deutschland, Deutschland, wir geben dich nicht preis! Ich danke euch! Das war's! Ich danke euch! Das war's! Ich danke euch!